so leute wir sehen schon in der level oder im level 47 raumgreifend heißt er nur dann let's go let's go mal schauen was der level bringt da ist wasser oder was jetzt hat nur so ausgesehen blöde laser jedenfalls wieder das haben wir wie soll ich den aufholen ich weiß schon wie vorbeischleichen ist nicht das problem aber wir müssen ja auch durch da so hier drüben sind wir mal nein 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 aber ich speicher hier haha ich bin am speicherpunkt das hat geklappt immerhin das hilft mir auf jeden fall schon mal weiter leute weil jetzt kriege ich meinen out und mit dem out kann man was anfangen nämlich den ein bisschen verarschen da so ich brauche mein out oder dich du gehst dahin verpiss dich du hässliches ding du so wo schicken wir dich denn hin dich schicken wir nach unten oh das war knapp so speicherpunkt nice fun so die schicken wir nach oben oh scheiße wie soll denn das machen scheiße boah leute das ist hot aber einen speicherpunkt habe ich erreicht das reicht schon das reicht dass wir weiterkommen zumindest so viel habe ich mal erreicht so hopp hopp und den video auch noch oh scheiße naja dann muss ich schneller sein aber im endeffekt dasselbe bevor einfach durchlaufen das sollte funktionieren so ich brauche den out wieder sonst geht es natürlich nicht so einfach in speicherpunkt rein jawohl so dann fange ich nämlich wieder hier an das ist zwar ein bisschen dämlich die variante aber leute sie funktioniert das muss man sagen so du gehst da rauf bitte und gehst mir nicht auf den piss geh dahin so wieder schauen ja den anderen dann kannst du mitnehmen schurke so was ist hier los eine schöne gute nacht geschichte boah das ist doch mal eine hausnummer wo sind denn die laser wo sind die ah da ok ok äh das muss immer genau äh das ist schwierig das ist schwierig wo wo scheiße schwierig oh der typ ist hardcore hier wie soll ich den ablenken hm ich würde sagen wir machen es wieder hardcore scheiße so geht es nicht er wird aufmerksam auf mich ich wollte ihn ja weglocken aber der wollte nicht so vielleicht wenn ich ein bisserl weiter vorgehe ach fast hier jetzt ich nicht hoch noch hier ist . allen mountains noch ich Ja, vielleicht probieren wir das wieder. I don't see them. Returning to patrol. The trespasser has escaped. I'm done. Falling back. If you're out there, I am armed. Returning to patrol. What's out there? Something over there. I will find you. Can I see something? Could have gone better. Target lost. I see you. Target has gone to ground. Something over there. Falling back. Did I see something? Must have been the wind. We're done. Investigating. You will be contained. aid in success. Target lost. Ich werde das schnell machen. Undone. Fire! Ich werde dich finden. Additional Staffing brauchen. Ich sehe dich. Ich bin zurück. Trespasser. Returning to patrol. You will be contained. I know you're still out there. Target lost. I'll make this quick. I have lost target. Requesting backup. I don't see them. No. If you're out there. I am armed. I see you. You have your own unique spell on that one. What's that? I'll make this quick. I'll make this quick. Find his left. What's out there? I see you. Evasion successful. Triggering alarm. I will be evade. Returning to patrol. Ich habe etwas gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, kurze Cut, Leute Ich muss nur was erledigen hier Sonst kommen wir da nicht vorwärts Das heißt, ich werde den da rüber schicken Wir müssen da hinten diese Laser abstellen Das habe ich nämlich vergessen Ansonsten funktioniert das gar nicht Wow So Und so Können wir dann da oben vorwärts kommen So Wow, 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 speichern, speichern, speichern Oh, er hat gespeichert, nice one Das reicht mir und jetzt können wir einfach hingehen Alter, das war die allerschwerste Mission Die wir je in diesem Game hatten Wir sind so weit drüber von der Zeit Hardcore schwierig, Leute So, wir gehen in die Mission 48 Die Torheit der Jugend Die Torheit der Jugend So Naja, dann schauen wir mal, was kriege ich denn da Schönes, Feines Was ist das? Schwabennack aufheben Da bin ich neugierig, was kann ich mit dem machen? Lesen wir mal das hier Sicher irgendwas Interessantes Die Torheit ist ein Großartiger Gerd Gerd? Sie betäubt Feinde kurzzeitig Für die wirkliche heimliche Aktion Okay Hä? Versteh ich nicht Wie? Ah, so Ja, ne Zeit lang halt Aber nur ne kurze Zeit lang Wohohoho Egal, wir sind beim Speicherstand Ja, und ich werde jedes Mal jetzt wieder entdeckt Lol Das ist nicht euer Ernst Lol, mein Speicherstand ist kaputt Ich kann hier nicht mehr weg Ja, toll Scheiße, ich kann Ja, ach komm Was ist denn das für ein blöder Speicherstand? Leute Hä? Ja, so funktioniert's Boah, wie Schwein Das ist doch kacke hier Ja, der muss reinlaufen Sonst funktioniert das nicht Gut, dann machen wir's Irgendwie machen wir's Machen wir's so Zack Ja, jetzt ist er betäubt Die Frage ist nur, wie lange Ich gehe da schon mal weiter Jo, soweit funktioniert's Das ist aber was, was ich nicht mag Also das gefällt mir Oh Scheiße Wow Das war jetzt knapp So Jetzt kommt er wieder runter Hier wird er betäubt Und dann schleiche ich mich schnell vorbei So hat der Plan Hop Leck mich am Socken, Junge So, jetzt müssen wir mit dem dann nur klarkommen Der wird, äh, anders schwierig Ja, ist eigentlich auch machbar So Halle, Halle, Halle Und leck mich Jo, hat eigentlich überraschend gut funktioniert Das wundert mich Ja, der kann mich sehen Das ist mir egal Denn wir haben's geschafft Oh Minimale Spur drüber Aber ist in Ordnung, Leute Ist in Ordnung Wir gehen in den Level 49 Die Bohnen des Zorns Jetzt wird's schon richtig dreckig hier Also es wird schon Hardcore schwierig Oh, Hunde wieder Mann, Mann, Mann Ich hasse die Hundesfiecher So, was machen wir hier? Lesen Hunde, warum mussten es auch Es gerechnet 100 sein Ja, das frage ich mich jetzt auch Warte mal Wo geht der, der geht hier Okay Die Frage ist nur Kommt das Mistviech wieder zurück? Ne, der geht im Kreis Ja gut, Dummy kann ich leben Mit dem Hundesfiech hier Kann ich nur halbwegs leben Aber wir müssen uns beeilen Der kommt nämlich gleich wieder So, lesen, Leute Irgendwas Und hier ist kein Speichelpunkt So, da ist aber einer So, was kriege ich? Ein Schwabennack Okay, das ist dieses Betäubungszeug Äh, da Gibt's was abzuholen Ja, das muss ich beim Hundesfiech machen So Das machen wir mal weg hier So, speichern Und da hinten warten Dann holen wir das da So, das geht sich schon aus Das ist jetzt nicht das große Problem Ach man, ich muss die irgendwo hinflüchten, Leute Scheiße, Ländige Äh, der Typ hier ist gefährlich Den muss ich irgendwie betäuben Ja, ihr seid mir aber egal Das ist jetzt nicht so das Problem Ihr Typen Ich geh hier einfach zum Ausgang Und ihr könnt mich im Arsch lecken Hahaha Tschüss Super Time, Leute Wow Fast die Hälfte nur Wir machen wieder mal einen Cut Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Liked mich Schreibt einen Kommentar Ich würde mich wirklich drüber freuen Bis zum nächsten Mal Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020